Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Pads Plan anzunehmen bei PAD in Uldum an dieser Stelle. Vor-Quest war Parader und wir brauchen Rüstung der Neferset. Das hier ist das Questgebiet und hier dürfen wir jetzt Gegner töten und uns diese Quest-Items besorgen. Da habe ich schon eins. Mal schauen, ob die Drop-Chance bei 100% liegt. Zweites Rüstungsteil, okay. Also bis jetzt kann man sich nicht beschweren, denn über die Drop-Chance ist noch ein Gegner. 4 von 6. Ihr seht, das sind noch weit weg Gegner. Vermutlich sind gerade auch welche tot, weil ich die Quest auch in ihren Augen aufgenommen habe und ein paar Gegner schon getötet habe, aber da sind immer noch genug da. Und natürlich, ich habe keine Konkurrenz beim Mob töten, also keine anderen Spieler in der Gegend. Dadurch geht es auch wesentlich schneller als vermutlich bei euch, wenn ihr zum Beispiel Kataklysum Classic zockt. Quest ist abzugeben bei PAD in Uldum an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr aber auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao! Tschüss! Ah, guck auf bei ihm! E Cham HERK3